Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder live bei Wikiparka Television und Fernsehen. Ihr habt ja gerade vielleicht den Tag mit Robert Hippo verfolgt. Jetzt kehren wir zurück ins Deutsche. Fallballer ist die nächste Referentin und sie wird euch was erzählen über das Bauhaus als Inspiration für Bildung und Lernen in der digitalen Welt. Ihr habt es ja vielleicht letztes Jahr mitbekommen. 2019 war das große Bauhausjahr, 100 Jahre Bauhaus. Auch ich habe mich da sehr viel eingelesen, Ausstellungen besucht, Filme geguckt. Aber Bauhaus ist ja nicht nur Gestalten und Architektur, sondern dreht sich auch viel darum, wie der Mensch sozusagen mit seiner Umwelt zurechtkommt und wie der Mensch sich bildet. Und was sozusagen für Impulse aus der Bauhausbewegung für ganz konkrete, moderne, digitale Transformationen passieren, das erklärt Fallballer euch jetzt. Und danach, in ungefähr 30 Minuten, sehen wir uns zum Q&A wieder. Viel Spaß. Hallo, mein Name ist Fallballer und ich zeichne heute für euch im Projektraum und Atelier Edition 19 hier in Siegen den Vortrag auf. Ihr seht eine Folie auch während des Vortrags mit dem Titel des Vortrags und den Untertiteln, damit ihr während des Vortrags wisst, wo wir gerade sind. Ich werde weitgehend vorlegen, weil das in der wissenschaftlichen Perspektive, aus der ich vortrage, so üblich ist. Ja. Mit Blick zurück in die Zukunft. Das Bauhaus als Inspiration für Bildung und Lernen in der digitalen Welt. Im Vortrag gehe ich aus berufsbildungswissenschaftlicher Perspektive der Frage nach, inwiefern die Bauhauspädagogik angesichts gesellschaftlicher Transformationen im Zuge des digitalisierten Medienumbruchs der Gegenwart und damit veränderten Formen von Erwerbsarbeit und Arbeit im Allgemeinen als Impulsgeber für die Curriculum-Forschung dienen kann. Mit Bezug auf Buchmann verwende ich den Terminus Bildungswissenschaften, Synonym für Erziehungswissenschaft und Berufsbildungswissenschaft anstatt Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Paradigmen des historischen Bauhauses bringen das Denken bei der Vorstellung davon, was Bauhauspädagogik war, heute und in Zukunft sein könnte. Solche Denkmuster ziehe ich zur Bearbeitung der Ausgangsfrage im Folgenden heran. Dabei unternehme ich freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit den Versuch des Bauhauses als regulative Idee im digitalen Zeitalter und darauf basierend seine Pädagogik neu zu denken. Eine regulative Idee im Sinne Kant bezeichnet nach Simmels Lesart keine für das menschliche Erkennen und Handeln notwendige Fiktion, sondern diene als Wegweiser für Richtung und Fortschritt der Erkenntnis oder des Handelns. Sie kann dabei niemals vollkommen erreicht werden. Die organische Idee des Bauhauses als eine Berahmung der pädagogischen Konzeption. Das folgende Zitat von Walter Kropius, Gründungsdirektor des staatlichen Bauhauses, enthält meines Erachtens implizit eine Reflexion im Hinblick auf das Fortwirken des Bauhauses im Sinne einer regulativen Idee nach seiner erzwungenen Schließung. Seit der Gründung des Bauhauses sind über 36 Jahre vergangen, wo und wie hat sich sein Einfluss in der Welt ausgewirkt. Das Wesen des Bauhauses bestand in einem sich ständig weiterentwickelnden Prozess. Nicht in der Schaffung eines Stils, es folgte einer organischen Idee, die sich entsprechend in wechselnden Lebensbedingungen umwandeln kann, also weder an Zeit, Ort oder Notation gebunden ist. Daher hat es nicht nur in europäischen Ländern, sondern wie ich durch örtliche Nachforschungen feststeuern konnte, auch in Nord- und Südamerika, in Australien und Asien, namentlich in Japan, Wurzeln geschlagen. Nach Kropius folgte das Wesen des Bauhauses demnach einer organischen Idee, um herauszufinden, was er damit bezeichnen könnte, nämlich die Motive zur Gründung der Institution sowie die historischen Rahmenbedingungen in den Blick. Während des Ersten Weltkrieges entwickelte Kropius Ideen zu jenem Vorhaben, das dann später Bauhaus hieß, die bereits Merkmale einer Bildungsinstitution trugen zu wünschen. Im Zuge des ersten technisierten Kriegs der Geschichte fand nach Oswald ein Traditions- und Zivilisationsbruch unvollstellbarer Härte statt. Damit einhergehende existenzielle Erfahrungen und die darin ruhende Sehnsucht nach neuen Lebensformen teilte Kropius mit anderen Bauhäuslern Sternchen innen. Kropius, eigentlich Architekt, war zur Kriegszeit Hussan-Offizier im Feld und sah nach seinen Worten die Welt im Hass ersticken, sah sie stürzen, sah sich selber in einer schweren inneren Krise. Das Gemüt wie in Narkose. Er selbst war sich voll bewusst, dass seine theoretischen Ideen zum ersten Mal während der Kriegserlebnisse Form angenommen hätten und insofern die Idee zum Bauhaus erst ein Resultat des Weltkrieges sei. Gezeichnet von prägenden Kriegs- und Nachkriegserfahrungen rief Kropius zu einer neuen geistigen Menschlichkeit auf. Nach Konrad Wünsche lassen Manuskripte, die Kropius nach seiner Rückkehr aus dem Krieg verfasste, bereits Grundlagen der Bauhauserziehung erkennen. Die in Kropius-Formeln, eine Klammer auf, das ganze Leben umfassende Architektur, Klammer zu, und Klammer auf, die menschliche Natur, Klammer zu, benannt worden waren. Kropius beabsichtigte, eine Gemeinschaft zu gründen, in der zunächst als Zielsetzung Kunst und Handwerk eine neue Einheit bildeten, um die neue Menschlichkeit durch die Gestaltung neuer Lebensformen erproben und entstehen zu lassen. Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen rausgekommen bin. Mein Hund Ida schnarcht gerade etwas. Das wird man vermutlich auch ein wenig in der Aufzeichnung hören. Bitte einfach ignorieren. Dafür müssen die geistigen Menschen weg von der zerbrochenen Sprachgemeinschaft hin zu einer gemeinsam nachvollziehbaren Notation. Das Verständnis einer gemeinsamen Sprache bezieht sich dabei nicht nur auf Schriftzeichen, sondern generell auf Artefakte. Die Umsetzung der skizzierten Prozesse verlange einem Schonraum, in dem es erst zur Entstehung der neuen Menschlichkeit kommen könne, die dann wiederum ins Volk strahlen solle. Die Idee des Bauhauses, an welchen Lehrende, die zugleich Künstler-Sternchen-Innen waren und Lernende gemeinsam lebten und arbeiteten, war geboren. Ein halbes Jahr nach Ende des Ersten Weltkrieges entstand das staatliche Bauhaus in Weimar. Nach Wick eine Kunstschule neuen Typs. Zugleich entstand das Bauhaus auch als experimentelles Labor des Lebens, das nach Kropius nicht nur die politische, sondern auch die vollendete geistige Revolution anstrebte. Erst diese sei in der Lage, tatsächliche Aufgeklärtheit zu erwirken. Die Spur der organischen Idee, der ich folge, zeichnet sich anhand der zuvor skizzierten Zusammenhänge meines Erachtens als sozialpolitisches Ziel mit Bildungsauftrag im Sinn einer regulativen Idee ab. Zu einer Zeit, in der mit der Weimarer Reichsverfassung auch realgeschichtlich eine Demokratisierung der Gesellschaft als politische Utopie und Kultur gewann, entstanden am staatlichen Bauhaus revolutionäre pädagogische Aktivitäten, so Buchmann. Die anfänglich propagierte Zielperspektive der Einheit von Kunst und Handwerk wurde ab 1923 durch die Einheit von Kunst und Technik erweitert, womit der Weg zur industriellen Formgebung und Produktion geebnet war. Es entstanden industrielle Artefakte und Modelle in der Formsprache ihrer Zeit, die für die Masse gedacht waren. Ein komplexes Ursachengeflecht, welches angesichts der hier gewählten Perspektive nicht näher erläutert wird, führte meines Erachtens dazu, dass die Bauhauspädagogik, dass die Bauhausprodukte, meinte ich, dieses Ziel verfehlten, dessen Realisierung womöglich IKEA für die Gesellschaft der Singularitäten innerhalb der letzten Jahrzehnte gelang. Die Bauhauspädagogik besteht aus unterschiedlichen pädagogischen Konzeptionen, die von Künstler, Sternchen innen, am Bauhaus entwickelt und umgesetzt wurden, womit sie nicht im Singular vorliegt. Den Begriff Bauhauspädagogik verwende ich dennoch, um zu verdeutlichen, dass sämtliche Konzeptionen mit der organischen Idee des Bauhauses verwoben waren, da diese sowohl in die Programmatik als auch in die institutionelle Fassung des Bauhauses gleichsam eingeschrieben waren. Daher erschützt sich die Bauhauspädagogik keineswegs z.B. in Johannes Ittens Vorkursen, in denen es im Rahmen der Vermittlung um übergreifende ästhetische und gestalterische Grundlagen ging, oder in Paul Klee's Farbenlehre oder der Spezialisierung in Werkstätten, die in der Rezeption des Bauhauses häufig als ihre Synonyme herhalten mussten. Bleibt die organische Idee, die das Zusammenwirken der unterschiedlichen Konzeptionen der Bauhauspädagogik kuratierte, in der Rezeption unberücksichtigt, verpufft ihr innovatives Potenzial weitgehend. Denn in ihr ruht gerade die Kraft, an gestaltungorientierte Potenzialbildungsprozesse generell und Erziehungswissenschaft speziell anders zu denken. Diese These erscheint jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn man mit dem Erziehungswissenschaftler Klaus Mollenhauer die Bedeutung des Bauhauses folgendermaßen bestimmt. In unserem Jahrhundert schließlich entstand im Bauhaus ein Problemlösungstyp, in dem ästhetische, soziale, ökonomische, rationale und emotional individuelle und kollektive Komponenten mit Piaget zu sprechen koordiniert werden sollten. Damit ist nach Mollenhauer ein Niveau für pädagogische Problemstellungen im Bauhaus vorgezeichnet, das die Erziehungswissenschaftliche Theorie immer noch nicht erreicht habe. Mollenhauers Einschätzung greift heute nach der Zeit der Reformpädagogik, in die sich die Bauhauspädagogik einreihen lässt, mehr denn je. Denn in der Zwischenzeit boten unter anderem eine überbordene Kompetenzorientierung und Modularisierung idealen Nährboden für Spezialisierungen, wie zum Beispiel die starke Fachorientierung in der Lehrungsausbildung und die scheinbar bevollzugte finanzielle Förderung vornehmlich teildisziplinär ausgerichteter und empirisch-quantitativer Forschungsperspektiven, während inter- und transdisziplinäre hermeneutische Theoriebildung das Dasein eines Eremiten zu führen schien. Die Spezifik der Bauhauspädagogik gründet in der zuvor skizzierten organischen Idee, die zum Teil ambivalente und komplexe Implikationen, die sich im Zusammenspiel aus zeithistorischen Umständen, Zielsetzungen und den institutionellen Rahmen des Bauhauses sowie den verschiedenen pädagogischen Konzeptionen ergaben, fruchtbar aufeinander zu beziehen vermochte. Das Aushalten von Konflikten und das Handeln in Ambivalenzen war dazu notwendig. Zudem charakterisieren folgende, heute curricular neu zu fassende, Dimensionen die Bauhauspädagogik. Vorbereitende, allgemeine und teilweise elementarbildende Vorkurse, die nicht werkstattgebundene Einführung in das Studium mit unter anderem freien und experimentellen Materialstudien, Form- und Farbenlehre sowie Bildanalyse. Form der Spezialbildung als produktionsorientierte Ausbildung in verschiedenen Werkstätten, die jeweils unterschiedliche Werkstoffe, Materialien sowie dazu fassende Werkzeuge und Fabrikationsmöglichkeiten favorisierten. Zum Beispiel Beberei, Buchbinderei, grafische Druckerei, Tischlerei, Glas- und Wandmalerei, Tapferei, Metall-, Holz- und Bühnenklasse. Das Erziehungsprogramm des Bauhauses ruhte dabei auf den Gedanken des Kollektivs als Lebensgemeinschaft. Residenzpflicht für Lehrende und Lernende, gemeinsames Feiern von Festen, Besuch von Vorträgen und Theateraufführungen, Aktives Praktizieren eines Beziehungsnetzwerks zwischen Bauhäusler, Sternchen innen, die nach der erzwungenen Schließung der Institution weltweit verstreutem Exil lebten, etc. Die Curricula zielten nach Troste auf die gegenseitige Durchdringung der Inhalte der Vorkurse mit jedem des Werkstattunterrichts, womit eine systematische Versuchsarbeit in Theorie und Praxis angestoßen wurde. Im Rahmen der Erziehung durch Gestaltung entstanden in der theoretischen Auseinandersetzung mit Material und Artefakten und der Produktion dieser prinzipiell lesbare, d.h. dekodierbare Notation. Das Erziehungsprogramm wurde durch das spezifische Lernarrangement der Meister in Schülerinnenbeziehungen angereichert mit Binnenstrichen. Von agilen Curricula am Bauhaus Die Curricula, d.h. die Ausbildungs- und Bildungsgänge und institutionellen Rahmenbedingungen des Bauhauses wurden während seines nur 14-jährigen Bestehens mehrfach den sich veränderten Rahmenbedingungen sowie der jeweiligen programmatischen Ausrichtung des amtierenden Direktors angepasst. Das betraf die Veränderung der Ausbildungsdauer, Modifizierung der Inhalte der Vorkurse und inhaltliche Fokussierung der Werkstätten. Somit reagierte das Bauhaus als Institution auf die realen gesellschaftlichen Unsicherheiten und Herausforderungen seinerzeit dynamisch. Auftragsarbeiten wurden beispielsweise erst nach einiger Zeit seines Bestehens und im weiteren Verlauf in Anzahl und Volumen variierend umgesetzt, wobei die Motive von der Orientierung am produktionsorientierten Schulkonzept von Kropius über finanzielle Engpässe bis hin zur Fokussierung der Architekturschule unter Ludwig Mies van der Rohe reichten. Die Agilität der Curricula zeigt sich auch darin, wie die widrige Situation des politisch erzwungenen Umzugs nach Dessau im Jahr 1925 genutzt wurde und zukunftsträchtige Anpassungen vorzunehmen. Die weitreichendsten Veränderungen, gemäß der damals neu propagierten Einheit von Kunst und Technik, betrachten die Druckwerkstatt und Weberei, die technisch neu ausgerüstet wurde, womit sich der Schritt hin zur Industrialisierung vollzog, so Troste. Im folgenden Abschnitt beziehe ich mich auch auf Troste. Konsequenter und früher als in allen anderen Werkstätten erarbeitete Gunter Stölzen einen Bildungsgang für die Weberei, der sich zweistufig in eine Lehrwerkstatt und eine Versuchs- und Modellwerkstatt gliederte. Für den Unterricht entwickelte sie eine Versuchs- und Materiallehre samt Lehre und Produktion des Färbens. Die Schülerinnen lernten den Produktionsprozess vom Entwerfen und Färben über das Weben und Anfertigen von Mustern, Modellen bis hin zur Stoffbestellung kennen. Die Weberei war am Bauhaus aufgrund des Wirkens nicht vollends überwundener geschlechtlicher Stereotype. Die Institution war bei aller Innovation auch kind ihrer Zeit heilig besetzt. Gleichzeitig erwarben die eben skizzierten Schülerinnen bei Paul Klee Kenntnisse über die Gesetze der Musterung und Farbanordnung. Somit war das Berufsbild der Designatrice einer Textilindustrie entstanden. In der Druckwerkstatt, die am Standort Weimar eine Kunstdruckerei war und die später zur Anpassung an gesellschaftliche Transformationen Druck und Reklame vereinte, entstanden unter Herbert Bayer die Voraussetzungen für das neue Berufsbild des Grafikdesign. In beiden Werkstätten wurden die jungen Menschen im Rahmen neuer Bildungsgänge an der Schriftstelle von Gestaltung und Technik im weitesten Sinn auf Berufsbilder mit Zukunft hin ausgebildet, die es praktisch bis dahin noch nicht gab. Transformation seit Bestehen des Bauhauses bis heute Passungsprobleme zwischen Berufsbildungssystemen und Beschäftigungssystemen. Passungsprobleme sind qualitative und quantitative Mismatches mindestens zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystemen. Die Berufsbildungswissenschaft, Teilgebiete Erziehungswissenschaft, beschäftigt sich mit Fragen eines sich und Transformation befindenden Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft, das hier für die Zeitspange seit Bestehen des Bauhauses bis heute beispielhaft beleuchtet wird. Bezogen auf technische Entwicklungen formulierte heute 101-jährige James Lovelock, der mit seiner Geierhypothese als Ökodenker populär wurde, folgendes. Die meisten von uns halten die heutige IT, Flugreisen und das Geschenk der modernen Medizin für selbstverständlich. Aber denken wir 100 Jahre zurück bis zu der Zeit, in der ich geboren wurde, am Ende des Ersten Weltkriegs. Damals gab es, außer für die Reichen, kein elektrisches Licht, keine Autos oder Telefone, kein Radio oder Fernsehen und kein Antibiotika. Es gab Schellerplatten, die man auf Aufziehgrammophonen abspielte, mit Schallrichtern als Lautsprecher, aber das war alles. In der Zwischenzeit führt neue technische Entwicklungen in Kombination mit den Märkten zu Beschleunigung, Komplexitätserweiterung und Globalisierung mit Auswirkungen auf die Erwerbsarbeit und Arbeit. Der positive Fortschutzgedanke, der vielfach mit zunehmender Technisierung einherging, bröckelt heute in der Spätmoderne angesichts von beispielsweise akut werdenden Umweltkrisen und Katastrophen zunehmend. Aktuell engagieren sich daher viele junge Menschen für den Umweltschutz, etwa innerhalb der sozialen Bewegungen Fridays for Future oder Extinction Redone. Ihnen geht es zum Beispiel darum, Flugreisen, die in der Spätmoderne zur Lebenswelt vieler gehören, bedeutend einzuschränken. Gleichzeitig möchten sie gesundheitliche Belange betreffend auf dem hochentwickelten Stand der Medizin der Gegenwart leben. Mit Entstehung der Technik für Flugreisen stieg die weltweite Mobilität, sie nutzende globale Arbeitsweisen und private Reisen wurden ermöglicht. Wobei hohe Umweltkosten entstehen, die wiederum zu gesamtgesellschaftlichen Kosten wären. Dazu weiterführend Nico Pech aus Wachstumsökonomie. Mit Ambivalenzen der technischen Errungenschaften waren die Bauhäusler, Sternchen innen, ihre Zeit auch konfrontiert. Während des Ersten Weltkrieges hatten sie damit ein hergehende Gräuel kennengelernt. Später nutzten sie Möglichkeiten der damals entstehenden Techniken sinnstiftend, um neue Lebensmodelle zu imaginieren und zu gestalten. Andreas Reckwitz zufolge war die Industrietechnik zur Zeit des Bauhauses ein Motor der funktionalen Rationalisierung und Versachlichung. Das gegenwärtige digitale Computernetz sei dagegen ein Generator der gesellschaftlichen Kulturalisierung und Affektintensivierung. Kulturalisierung zeige sich dabei als obiquitär sowie als Kultur der Visualität, die die Trennung zwischen bürgerlicher Hochkultur und Massenkultur der organisierten Moderne überwindet. Die Entstehung digitaler Techniken und Medien führte innerhalb zentraler gesellschaftlicher Felder wie Arbeit, Lernen, Information und Kommunikation zu neuen Praktiken der Subjekte und damit auch zu neuen Selbst- und Weltbildern. Dies liegt in Anlehnung an Ralf Schnell insbesondere an der veränderten Wahrnehmung innerhalb des Cyberspace, so die hier formulierte Annahme. So stellen sich nach Schnell angesichts der digitalen Medien der Gegenwart Fragen nach dem Zusammenhang von geschichtlicher und natürlicher Wahrnehmungsveränderungen. Die aktuelle Covid-19-Pandemie bekräftigt dies, indem sie ein bisher einmalig hohes Ausmaß an Erwerbsarbeit im sogenannten Homeoffice erzwingt, womit vermehrt Möglichkeiten zu remoten Arbeitsweisen innerhalb des Cyberspace entstehen. Diese Waren vor Corona auch abseits des Homeoffice, zum Beispiel in heimischen Cafés oder auf Reisen an fremden Stränden, als selbstgewählte Form der Erwerbsarbeit, insbesondere der digitalen Bohem, nach Frigo und Lobo, im Rahmen des Freelancing vorbehalten. Im Kontext von remoten Arbeitsweisen verschmelzen die Grenzen zwischen Privatheit und Beruf, aufbringend für die spätmoderne Arbeitswelt in besonderer Weise, was berufsbildungswissenschaftlich als Entgrenzungsproblematik mit hoher Arbeitsverdichtung und gestiegenen Abhängigkeiten diskutiert wird. Ermöglicht wurden remote Formen der Erwerbsarbeit durch die Entwicklung der Technik des digitalen Computernetzes, das auch Grundlage der Entstehung der sogenannten Gig-Ökonomie ist. Mit ihr gehen alte und neue Beschäftigungsmöglichkeiten und Tätigkeiten einher, welche sich oft lediglich diffus mit dem Berufsbegriff erfassen lassen. Zum Beispiel liegen sogenannte Prosumenten meines Erachtens quer zu vielen etablierten Berufsbildern. Umgangssprachig wird häufig verkürzt von Internetberufen gesprochen. Mit der Plattformarbeit geht zudem ein Trend zum Zweit- und Drittjob einher. Somit stehen den Vorteilen einer flexiblen und selbstbestimmten Arbeit neue und alte Zwänge sowie Risiken gegenüber. Dargestellt zum Beispiel in dem Film Story Will Miss You von Ken Lodge oder The Factory von Johannes Bittner. Das spätmoderne Subjekt hat nach Reckwitz jenseits von Klassen und Stand das historisch neue Privileg, sich in der Kulturmaschine darzustellen und überständig an seiner Selbstrepräsentation zu arbeiten. Das digitale Computernetz ist nach Reckwitz eine Kulturmaschine. Das heißt, es handelt sich um Technologien, in deren Zentren die Produktion, Zirkulation und Rezeption von narrativen, ästhetischen, gestalterischen, ludischen Formen der Kultur steht. Die Subjekte unterlegen aber auch dem zunehmenden Zwang, sich in sozialen Medien zu präsentieren. Innerhalb dieser Medien seien Bilder, insbesondere in Form von Fotografien und Videos, ein primärer medialer Träger, der im Internet kreiert, dort zirkuliert und betrachtet werde. Technik sei dabei immer weniger ein Werkzeug, sondern werde immer mehr zu technologischen Umwelten, innerhalb derer sich die Subjekte bewegten. Damit einhergehende digitale Bildkulturen, z.B. Selfies, Memes oder Bildproteste, verdeutlichen unter anderem die permanente und überall fortzufindende Ästhetisierung der Lebenswelten der Subjekte, unter anderem Kurt und Ulrich dazu. Damit schlägt sich an dieser Stelle die Beispiele für gesellschaftliche Transformationen ab und gehe der Frage nach, ob aktuelle Curricula angesichts dieser modifiziert werden müssen. Die betreffende Literatur dazu fasst Ulrike Buchmann bereits 2006 wie folgt zu sein. Gängige Curricula erreichen einen erheblichen Teil der nachwachsenden Generation weder emotional noch sozial oder kognitiv. Indizien dafür sind beispielsweise die zunehmend beobachtbaren Erschöpfungszustände und gefühlten Überforderungen der Subjekte. An anderer Stelle sind diesbezügliche Passungsprobleme und Mismatches weiterführend erläutert. Es gilt also, die etablierten Curricula zu modifizieren, damit sie ihre Funktion, die Vermittlung zwischen Subjekt und Welt, erfüllen können. Das dahinterliegende Gedankenmodell der Subjekt-Objekt-Vermittlung geht zum einen von der Vermitteltheit der Lehrpläne und zum anderen ihrer Vermittlungsfunktion aus. Diese zeigen sich nach Hüsinger und Buchmann zum einen darin, dass sich im Zuge der verendeten Freisetzung funktionalen Lernens das Problem der Einheit von unmittelbarem und vermitteltem Lernen entwickelte, wobei die Grundlage der Bildungstheorie das Verständnis dieser Einheit sei. Zum anderen gehe es dabei immer auch um die Frage des Grades von Aufklärung, Reflexion und Kritik gegenüber dem Objekt zu sein, folglich um Autonomie und Emanzipation im Hinblick auf die Weltgestaltung. Klaus Holzkamp erfasst diese Zusammenhänge in seinem Band Lernen Subjektwissenschaftliche Grundlage aus dem Jahr 1995 mit dem Begriffen Weltaufschluss, Verfügungserweiterung und erhöhte Lebensqualität. Diese ergeben sich in funktional erzieherischen Bedingungen EOY. Die skizzierten Transformationen überlegen eine Komplexitätserweiterung, die verdeutlicht, das Lernen heute aus dem unmittelbaren Lebenszusammenhang in hohem Maße heraustritt. Aufgrund dessen bedarf es curricular argumentiert, einer sinnbezogenen Vermittlungsleistung und demnach einer Repräsentation von Welt, die den Rückbezug auf den Lebenszusammenhang erlaubt. Diese Repräsentationen erfüllen ihre Vermittlungsfunktionen zwischen Subjekt und Welt nur, wenn sie stets dynamisch den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen angepasst werden. Bauhauspädagogik als Inspiration zur Erarbeitung curricularer Alternativen Bei der Suche nach curricularen Alternativen argumentiere ich gesellschaftstheoretisch von den zuvor skizzierten Transformationen aussehend, die angesichts des immer wieder neu zu erfüllenden Bildungsauftrags dazu auffordern, passende Repräsentationen, also curriculare Zugänge zu den Subjekten, zu entwickeln. Demgemäß sind in der dafür erforderlichen erziehungswissenschaftlichen Theoriebildung neben den aktuell veränderten Formen der Erwerbsarbeit und Arbeit unter anderem Verschränkungen zwischen den zuvor wissenschaftlich dokumentierten Dimensionen zu berücksichtigen. Die da waren Ästhetisierung aller Lebenswelten, Bedeutungsgewinn visueller Kommunikation im Rahmen der digitalen Kulturmaschine, Zunahme der Praktiken innerhalb des Cyberspace und sich abzeichnende Kosten bzw. Grenzen des Fortschrittsgedankens. Zur berufsbildungswissenschaftlichen Erklärung dieser Erscheinungen sind neben den etablierten Bezugsdisziplinen, zum Beispiel Soziologie, Psychologie, Politik, Ökonomie, Technik, Didaktik auch neue zu berücksichtigen, wie beispielsweise Kunstpädagogik, ästhetische und kulturelle Bildung, Informatik, Medienwissenschaften und Postwachstensökonomie. Die vorliegende Perspektive unternimmt dem Versuch, bei der Suche nach curricularen Alternativen insbesondere die von Mollenhauer postulierte vergessene Dimension des Ästhetischen zu berücksichtigen. Dabei kann Bildung im Rahmen neuer Wissensarchitekturen ermöglicht werden. Die organische Idee des Bauhauses erlaubt es, Bauhauspädagogik fluide gemäß der sich verändernden Rahmenbedingungen neu zu denken, was einst Josef Albers vom Black Mountain College im Exil gelang. Dabei sind unter anderem zentrale Transformationen in der Schnittstelle von Kunst, Handwerk und Technik zu berücksichtigen, die auch dazu führen, dass sie Grenzen der Felder gemäß der Eingemeindung von Hoch- und Trivialkultur verwischten. Beispielsweise bringt die gegenwärtige Technik der digitalen Kulturmaschine eine an Singularitäten orientierte Formensprache mit sich. Wohingegen die Industrietechnik zur Zeit des Bauhauses die Formensprache einer funktionalen Rationalisierung und Versachlichung sprach. Die Bauhauspädagoge kann dabei nicht simpel reproduziert oder zu den igengeschichtlichen Modellen der Bildungswissenschaft ergänzend hinzugefügt werden. Es geht vielmehr darum, die bisher disziplinär oder gar teilsziplinär gebundenen Wissensbestände gemäß der Entwicklung und Entfaltung des Humanvermögens neu aufeinander zu beziehen. In diesem Sinn kann die Lernfeldorientierung an Berufskollegs aktuell als Chance ergriffen werden, um einen systematischen Bezug von Lebens- und Systemwelt über zum Beispiel materielle oder immaterielle Artefakte der Kulturmaschine zu realisieren. Die Lernfeldorientierung ist ein fächerübergreifendes curriculares Prinzip mit konkretem Handlungsfeldbezug an beruflichen Schulen, das 1996 durch die KMK, also durch die Kultusministerkonferenz, implementiert wurde. In diesem Sinn vermochte auch der Workshop Hacken und Critical Making – Phänomen der Postbauhaus-Community, der am 11. Oktober 2019 im FabLab der Universitätssiegen anlässlich der Tage Bauhausparadigmen stattfand, zum Themenfeld an der Schnittstelle von Pädagogik Hacken und Critical Making – Fruchtbare Allianzen zwischen bekannten und neuen Bezugsdisziplinen auszuloten. Die folgenden Einblicke wollen wir skizzieren. Im Rahmen des Workshops gingen die regionale Community bestehend aus der Berufs- und Wirtschaftspädagogik und dem FabLab der Universität Siegen, dem Chaos Computer Club Siegen, dem Projektraum und Atelier Edition 19, dem Hackspace Siegen und dem Bruchwerktheater der Frage nach, wie Lerninhalte und curriculare Repräsentationen aussehen können, die Bauhauspädagogik heute in der Verschränkung von Kunst, Handwerk und Technik neu denken. Im Rahmen des Workshops wurden auch die Potenziale des FabLab als neue Werkstatt im digitalen Zeitalter ausgelotet und die Frage nach der Bedeutung von kollektiven Strukturen für die Weiterentwicklung von Pädagogik im Hinblick auf eine aufgeklärte, kritische Techniknutzung aufgeworfen. Der experimentelle Workshop bot den Teilnehmer SternchenInnen die Gelegenheit, sich im Rahmen von drei Stationen aktiv einzubringen. Die erste Station bestand in einer Hommage an Adam Harveys Arbeitszividezel, um darauf basierend kreativ und gemäß aufgeklärter Techniknutzung mit den Algorithmen des Kameratyfs zu interagieren, der im öffentlichen Raum zunehmend zur Überwachung eingesetzt wird. Die zweite Station beschäftigte sich mit der Herstellung einer Weste mittels eines digitalen Schnittmusters, einem Lasercutter und klassischem Nähen von Hand oder per Nähmaschine. Die dritte Station bestand in einer stark körperbezogenen Performance von Schauspieler SternchenInnen, die die Teilnehmer SternchenInnen zur Aktivierung eigener Erfahrungen, Erinnerungen und Gefühlen animierte. Somit ging es im Workshop nicht darum, analoge gegen digitale Techniken und Praktiken auszuspielen. Angesichts des Bildungsauftrags zählte der Workshop hingegen darauf ab, ein aufgeklärtes und kreatives Verhältnis im Umgang mit und der Gestaltung von analogen und digitalen Praktiken anzuregen. Beispielsweise fungieren im Sinn dieses aufgeklärten Verhältnisses analoge Fabrikationsmöglichkeiten in Kombination mit handwerklichen Fähigkeiten im Rahmen der Postwachstumsökonomie nach Pich zur nachhaltigen Lebensdauerverlängerung von Produkten bzw. Artefakten. Die Beschäftigung mit curricularen Fragen ist meines Erachtens angesichts des dem Vortrag abschließenden Zitates von Klaus Mollenhauer stets relevant. Jeder Bildungsprozess ist Erweiterung und Bereicherung, aber auch Verengung und Verarmung dessen, was möglich gewesen wäre. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es folgen jetzt noch die Hinweise auf die Literatur und es wird sicherlich auch noch die Möglichkeit geben, in Austausch zu kommen über eine Frage und ich freue mich. Hi, willkommen beim Q&A. Fallballer ist hier. Ich bin Philipp und darf die Fragen weitergeben. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dem Talk, den wir gerade übertragen haben. Danke, dass du den eingereicht hast und erstmal schöne Grüße an Ida. Ich danke euch. Ida ist gerade hier. Sie wird gerne ins Bild kommen, wenn ihr wollt. Fangen wir doch damit an. Ich hole mal Ida. Dann zeig uns doch mal Ida und ich sage noch mal kurz, ihr könnt Fallballer jetzt zu ihrem Vortrag über das Bauhaus noch Fragen stellen im Chat, falls ihr da reinkommt. Ich komme leider nicht rein, aber ich habe jemanden, der mir das flüstert. Und natürlich auch mit dem Hashtag RC3Wikipaka. Also wenn ihr da jetzt noch Fragen uns abliefert. Hi, hallo Ida. Ich finde, wir haben viel zu wenig Tiere überhaupt bei uns im Kanal. Insofern, ja. Wurde es mal Zeit, ne? Ja. Jetzt sehe ich gerade, du hast eine Lavalampe hinter dir. Ich habe auch eine, ich hätte die auch mal anmachen sollen, dann hätten wir halt das jetzt gemeinsam. Ich habe das eben gerade extra gemacht. Ich habe die noch aus dem Keller geholt, weil ich eben gerade durch die Welt gelaufen bin und so viele Leute so fancy Lichter hatten, dass ich gedacht habe, ich muss da unbedingt noch liefern. Ich habe eine seit einem Jahr und es ist eigentlich kitschig, aber es macht mich extrem glücklich. Also es ist ein Feel-Good-Light. Kommen wir vielleicht mal kurz noch zu deinem Talk. Ich habe ja, weil letztes Jahr das Bauhausjahr war, das war so die Chance, um auch mal, wenn man sich da sonst gar nicht so viel mit beschäftigt, damit viel zu lernen. Gibt es heute eigentlich noch so Figuren wie Johannes Itten? Das war ja ein ganz schöner Charakter, oder? Weißt du das? Also der war ja ganz schön merkwürdig. Wenn du jetzt merkwürdig dazu sagst, wird meine Antwort schwierig. Ich weiß es nicht. Also ein Charakter, sage ich ja nur. Ich finde ja eigentlich so, diese ganzen Chaos-Treffs sind immer ein schönes Konglomerat an vielen bunten Charaktern. Lassen wir jetzt mal die Bezeichnung merkwürdig weg. Naja, aber da kann man ja gleich sagen, wo vielleicht, dass du es nochmal hier kurz im Gespräch sagst. Vielleicht, wo siehst du so einen roten Faden, der vielleicht von Bauhaus über die 100 Jahre bis heute hier in unsere Hacker-Kultur auch führt. Du hast ja so ein bisschen angeschnitten. Genau. Also was ich ja immer wieder total faszinierend finde, ist zum Beispiel auch diesen hochgradigen Anspruch, gestalten zu wollen. Ich habe mir auch das Opening angeguckt und ich saß hier und habe mich sehr gefreut, also dass sozusagen erst die Widrigkeiten des Jahres gezeigt werden und dass es aber dann übergeleitet wird in, ja, schon Satire, Humor und dann aber auch im tatsächlichen Gestaltungsanspruch und dass man das sozusagen, das Wagnis einfach eingegangen ist, Follow the Right Rabbit und das fand ich schon ziemlich gut. Da ist ja auch das Chaos sehr Kunst. Auf jeden Fall und das sieht man ja gerade so gut, wie es geht. Also in den Messehallen ist es natürlich immer noch ein bisschen schöner und stofflicher. Neulich habe ich gelesen, irgendwie, jetzt haben die Leute verstanden, weshalb es die Roaring Twenties gab. So in Europa war es unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs, aber auch der, was war das, die Spanische Grippe. Das heißt, das Feiern nach der Pandemie war sehr wichtig. Du hattest das vorhin so ein bisschen angeschnitten. Was ist das, was du jetzt gesagt hast? Wie hat sich das vielleicht nochmal verändert mit dem Blick, dass wir jetzt alle auch denn doch nicht zusammenkommen können und gemeinsam kreativ sind? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Faden sozusagen direkt weiterspinnen kann. Da kannst du ja gleich einfach was zu sagen. Aber ich finde ja, die Möglichkeit, die man hier sozusagen einfach eingeschlagen ist, das ist ja auch eine Form, einfach mit den Widrigkeiten umzugehen und da eben auch die technischen Möglichkeiten, die man zurzeit hat, zu nutzen. Und das haben die Bauhäusler ja auch immer gemacht. Die haben ja die technischen Möglichkeiten ihrer Zeit sozusagen im Visier gehabt. Und mit allen Ambivalenzen, die damit verbunden sind und haben eben versucht, damit eben auch sinnstiftend zu gestalten. Und mich interessiert eben insbesondere auch der Bildungsanspruch am Bauhaus. Also wie man das sozusagen auch in der digitalen Welt weiterdenken kann. Und am Ende des Beitrags kommt ja dann auch nochmal der Hint darauf, dass das eben auch in einem Workshop verknüpft wurde mit dem Chaos Computer Club Siegen und mit dem Fat Lab Siegen und dem Bruchwerktheater und der Edition, dem Projekt Raum und Atelier. Und sowas interessiert mich wahnsinnig. Also wie man so kollaborativ und so interdisziplinär einfach dann auch die Bauhauspädagogik heute weiterdenken kann. Und ich glaube eben, dass heute da eben auch Digitalisierung eine große Rolle spielen würde. Und du machst das tatsächlich selber in Siegen und schlägst da diese Brücken, ne? Ich versuche das. Mal klappt es, mal nicht. Ja. Genau. Also auch bei Carl Siegen. Ja, okay. Wie sind da deine Erfahrungen, wenn du mit dem Bauhaus ankommst? Sagen da Leute, ist das dieses eckige Gebäude? Oder die wissen vielleicht einen einzelnen Namen? Walter Gorpius vielleicht? Oder mal so ein Stuhl oder so eine Lampe? Und da fragen sich doch denn viele, was hat das mit uns zu tun, oder? Wenn sie das nicht genau wissen. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Die gucken ja jetzt zu, weißt du? Nein, also ich glaube, mittlerweile wissen das alle. Und sie haben auch mitgemacht. Und das Schöne ist, und das mag ich auch am Chaos, man lässt sich darauf ein. Also man lässt sich sozusagen auf das Neue und auf das Unbekannte ein und verurteilt es nicht sofort. Auch wenn man erstmal keine Ahnung hat. Und so ist es mir im Übrigen auch bei meinem ersten Kongress gegangen, dass ich das alles überhaupt nicht kapiert habe und so. Aber mich darauf eingelassen habe und es dann eben eine wunderbare Welt ist einfach. Und so funktioniert es hier auch vor Ort. Ich glaube, das ist wirklich ein sich darauf einlassen. Wir sprechen nicht immer die gleiche Sprache. Auf gar keinen Fall. Auch nicht immer ganz konfliktfrei, aber es funktioniert. Ich finde es das schön. Das finde ich auch gut. Und ich glaube, wenn man sozusagen diese ganzen Codes und diese Regeln und die Wörter und alle das wegblättert und sozusagen zum Kern vordringt, sind da ja dann auch die Menschen. Und da ist ja dann genau das, was man eigentlich vielleicht gesucht hat. Ich schaue noch mal gerade. Wir haben aber tatsächlich im Moment keine weiteren Fragen aus dem Internet. Das heißt, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich dir an der Stelle Dankeschön sagen. Dein Vortrag hat ein zweites, drittes, viertes, hundertes Leben, weil wir haben es eben schon gehört. Es wird im Nachhinein noch viel mehr auch noch angeschaut. Danke, dass du bei uns im Kanal bist mit deinem Vortrag und unser Wissen erweitert hast. Mir bleibt kurz noch anzusagen, was jetzt hier in rund zehn Minuten passiert. Da haben wir, sorry, muss ich kurz ablesen, Rainer Rehak und Kirsten Bock zu Gast mit unserem letzten Tag heute im Kanal. Deutsches E-Government, das Schlechteste beider Welten, informationelle Gewaltenteilung richtig umsetzen. Die beiden werden sich noch mal ganz genau angucken, was eigentlich bei der Digitalisierung der Verwaltung schiefläuft. Auch sehr spannend und ich freue mich, wenn ihr um 21 Uhr wieder dabei seid in zehn Minuten. Danke dir, Faiwala. Tschüss. Ich danke euch für eure ganze Arbeit. Ciao.